Wie bei jedem Versuch müssen wir am Anfang den ganzen Versuch aufbauen. Dazu nehmen wir eine Röhre, die mit Quecksilberdampf gefüllt ist. In die Mitte der Röhre wird ein Gitter gesetzt. Links an die Röhre kommt eine Glühkathode, die Elektronen emittiert. Und rechts in die Röhre wird eine Anode eingebaut. Das Ganze wird dann mit diesen Spannungen angeschlossen. Die Heizspannung dient nur dazu, Elektroden aus der Glühkathode zu emittieren. Sind die Elektronen aus der Glühkathode ausgetreten, so werden sie durch die Beschleunigungsspannung in Richtung des positiv gepolten Gitters beschleunigt. Damit besitzen sie eine gewisse Bewegungsenergie E-Kin. Die Gegenspannung soll die Elektronen nun wieder abbremsen. Haben die Elektronen genug Energie, um die Gegenspannung zu überwinden, so werden sie von der Anode einfach eingesackt. Ein Anodenstrom beginnt zu fließen. Also macht euch das klar. Die Beschleunigungsspannung beschleunigt die Elektronen Richtung Gitter. Nach dem Gitter werden die dann aber von der Gegenspannung abgebremst. Nur wenn die Elektronen dann genug Energie haben, können sie diese Gegenspannung überwinden und in die Anode eindringen. Soweit mal zum Aufbau von dem ganzen Ding da. Jetzt machen wir einfach mal den Versuch. Wir stellen mal eine Gegenspannung von 0,5 Volt ein. Diese Spannung bleibt immer konstant. Die Beschleunigungsspannung erhöhen wir jetzt mal ganz langsam und messen dabei den Anodenstrom. Das zeichnen wir jetzt mal in ein Diagramm. Nach rechts wird die Beschleunigungsspannung eingetragen. Und nach oben der Strom, der in der Anode fließt. Je höher der ist, desto mehr Elektronen konnten im Endeffekt die Gegenspannung überwinden. Je höher wir die Beschleunigungsspannung machen, desto mehr Energie besitzen die Elektronen. Und ab so circa 2 Volt besitzen sie so viel Energie, dass sie die Gegenspannung überwinden und die Anode treffen. Ein Anodenstrom beginnt zu fließen. Also im Diagramm? Wenn wir die Beschleunigungsspannung erhöhen, dann erhöht sich auch der Anodenstrom. Ist soweit ganz logisch, weil je mehr Energie die Elektronen haben, desto besser können sie die Gegenspannung überwinden. Bei der Beschleunigungsspannung von 4,9 Volt fällt nun aber der Strom ganz rapide ab. Was passiert hier? Ein grüner Leuchtstreifen entsteht ganz nah am Gitter. Erhöhen wir mal die Beschleunigungsspannung weiter. Der Anodenstrom steigt wieder an und dabei rückt der grüne Streifen Richtung Kathode. Bei U-Beschleunigung gleich 9,8 Volt bricht unser Anodenstrom erneut ein. Und ein zweiter grüner Streifen entsteht direkt vor dem Gitter. Und so geht es nun immer weiter. Bei jedem Vielfachen von 4,9 Volt als Beschleunigungsspannung bricht der Anodenstrom ein. Und ein weiterer grüner Streifen entsteht. Warum können wir das aber so beobachten? Was geht in der Röhre da drin ab? Naja, da sind erstmal Quecksilberatome drin. Und Elektronen fliegen noch durch die Gegend. Naja, solange die Elektronen mit weniger als 4,9 Volt beschleunigt werden, führen sie sogenannte elastische Zusammenstöße mit den Quecksilberatomen aus. Es findet keine Energieübertragung statt und die Elektronen werden nur abgelenkt. Wie bei einem Pogo. Sie fliegen dann durch das Gitter und je nach Energie erreichen sie die Anode und ein Anodenstrom entsteht. Sobald wir die Elektronen aber mit über 4,9 Volt beschleunigen, führen sie sogenannte unelastische Stöße mit den Quecksilberatomen aus. Bei einem unelastischen Stoß gibt das Elektron genau 4,9 Elektronenvolt an ein Quecksilberatom ab. Achso, Elektronenvolt sind eine Einheit für Energie. Nach dem unelastischen Stoß muss das Elektron nun von Neuem beschleunigt werden und die Energie reicht nicht mehr aus, um die Gegenspannung zu überwinden. Immerhin hat das Elektron beim unelastischen Stoß die Energie verloren. Der Anodenstrom bricht ein. Hört sich doch ganz logisch an. Das Elektron gibt Energie ab und besitzt somit zu wenig Energie, um die Gegenspannung zu überwinden. Fehlt nur noch eine Erklärung für das Leuchten. Dazu müssen wir in das Quecksilberatom schauen. Im Quecksilberatom ruhen die Elektronen in ihren energetischen Grundzuständen W1. Kommt nun ein fremdes Elektron und gibt genau 4,9 Elektronenvolt ab, so springt das Quecksilberatom in den nächsthöheren Zustand W2. Das nennt man Elektronenstoßanregung. Der Zustand W2 ist aber instabil. Also macht das Elektron einen Rücksprung und fällt wieder in den Grundzustand zurück. Und dabei imitiert es einen Photon. Wenn das jetzt 1000 Quecksilberatome machen, dann erhalten wir ein Leuchten. In real life sieht das Ganze dann ungefähr so aus. Hier auf dem Bild wurde das Experiment mit Neon durchgeführt. Die gesamte Aussage des Frank-Herz-Experiments und auch so ein bisschen die Zusammenfassung des Videos lässt sich auf folgendes herunterbrechen. Da das Leuchten immer nur bei Vielfachen von U-Beschleunigung gleich 4,9 Volt auftritt, müssen die Energieniveaus der Elektronen im Atom scharf definiert sein. Also kann man nur auf W2 springen. Der ganze Bereich dazwischen sind nicht erlaubte Energiewerte. Und wenn ein Elektron mit einer Energie von mindestens 4,9 Elektronenvolt auf ein anderes Atom trifft, so gibt es 4,9 Elektronenvolt ab und bringt das Atom in einen angeregten Zustand. Beim Rücksprung zum angeregten Zustand in den normalen Zustand wird ein Photon imitiert. Bums aus Nikolaus. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Hier seht ihr übrigens mal das Frank-Herz-Experiment in der Natur. Bei den Polarlichtern. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie die entstehen, klickt einfach hier. Euch wird gleich auffallen, wie Polarlichter und das Frank-Herz-Experiment zusammenhängen. Wer von euch hat eigentlich schon mal Polarlichter gesehen? Oder habt ihr vielleicht auch schon woanders das Frank-Herz-Experiment in der Natur gesehen? Schreibt es doch mal in die Comments. Und ich verabschiede mich dann bis gleich im Polarlichtvideo. Ciao!